Berlin, Deutschland, Europa, Welt, hier steht wieder einmal deine Charité und die ist seit 2011 immer noch wütend. Wüten wir denn je und wieder einmal halt ein Wort durch diese Stadt, halt ein Wort durch diese verdammte kranke Republik und dieses Wort lautet Streik! Mein Sohn hat mir etwas für diesen Streik mitgegeben, der ist 10 und der hat eine etwas romantischere Vorstellung von Arbeitskampf. Ich habe es trotzdem mitgebracht, denn es steht auch an einem klugen Ort geschrieben, der Mensch, der ein Urteil fällt, der soll auch das Schwert führen. Wir haben geurteilt, wir haben verurteilt und seit gestern führen wir das Schwert. ...allein in dieser Woche abgesagt werden mussten, dass wir über 20 Bereiche dieser Charité komplett schließen und über 900 Betten dazu. Dazu im Streik unzählige andere Bereiche, IT, Labor, Ambulanzen, man kann sie nicht alle aufzählen, stellvertretend für all jene, denn die Liste ist zu lang, nennen wir jetzt die Bereiche der geschlossenen, der komplett geschlossenen Bereiche und Stationen. Und wenn wir das tun, dann machen wir das wie 2011, ich sage die Nummer, die Station und ihr ruft GESCHLOSSEN! Fest 1, 2, 3 GESCHLOSSEN! Das klingt nach was! Der Campus Benjamin Franklin, die Station 4a Neurologie, GESCHLOSSEN! Die Station 36a Chirurgie, GESCHLOSSEN! Zwei Stationen, komplett zur Schließung gemeldet, kämpfe noch um jedes Bett. Im Geiste sind sie bei uns, im Geiste sind sie geschlossen aus diesem Grund. 10b Urologie, GESCHLOSSEN! 14b Interdisziplinäre Station, GESCHLOSSEN! Die Sensation an diesem Campus, erstmalig dabei, mit zwei geschlossenen Stationen, die 162 Dermatologie, GESCHLOSSEN! Die 149 Pneumologie, Endokrinologie, Infektiologie, GESCHLOSSEN! Der Campus, Birchow Klinikum, die Station 10a Kardiologie, GESCHLOSSEN! Wunderbar, willkommen im Streik, die Station 18, GESCHLOSSEN! Die Architektur dieses Schließungskonzeptes, die den Schließungsstreik erfunden hat, die Station 45, Kardiologie, mein Verein, GESCHLOSSEN! Die Station 6, interdisziplinäre Stationen, GESCHLOSSEN! Die Station 7, Neurologie, GESCHLOSSEN! Die Tagesklinik 54, GESCHLOSSEN! GESCHLOSSEN! Und die Tagesklinik 41, GESCHLOSSEN! Diese Stationen, Komplettschließung, stellvertretend für alle, im Geiste bei uns, weil noch nicht ganz geschlossen, aber zur Schließung gemeldet, die 14i, GESCHLOSSEN! Und natürlich alle PECU's an allen drei Standorten, ihr seid die Helden, die diese Streitwucht überhaupt erst ermöglicht haben! Kolleginnen und Kollegen, ich möchte nicht mehr in diese Gesichter sehen, die Gesichter meiner Patientinnen und Patienten und ihrer Angehörigen, die Gesichter, die von Enttäuschung, Wut, Schmerzen und Vernachlässigung erzählen! Kolleginnen und Kollegen, ich möchte nicht mehr in diese Gesichter sehen, die Gesichter meiner Kolleginnen und Kollegen, die von der Schöpfung, Frust und Arbeitshetze erzählen! Kolleginnen und Kollegen, ich möchte nicht mehr in diese Gesichter sehen, die Gesichter der Kaufleute, der Prozessoptimierer, der Stellenabbauer, die mir erklären, die wir und uns allen immer wieder erklären wollen, die wir mit noch weniger Personal noch mehr Fälle und noch mehr Erlöse generieren sollen! Ich möchte in eure, in unsere, in diese Gesichter hier blicken, Gesichter, die seit gestern lachen, Gesichter, die rufen und schreien und mit Würde und Wut diesem kranken System trotzen! Ich weiß nicht, was wir erkämpfen! Ich weiß nicht, ob wir überhaupt etwas erkämpfen! Aber eins weiß ich, wir haben es als Erste versucht! Wir haben diesen exemplarischen Kampf wirklich werden lassen! Wir haben nichts mehr zu verlieren, außer unsere Ketten, um mal einen Klassiker zu bringen! Vielen Dank! Lasst uns nun unseren Protest ins Herzen der Bestie tragen, ins Regierungsviertel vom Gesundheitsministerium! Vielen Dank! Vielen Dank, Stefan! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!